Ich hab gesagt bei dir wurde zuhause eingebrochen oder so, ich hab jetzt äh... Bei ihm? Wie? Äh... Glubschi, wann... Zwei Stunden meinte. Zwei Stunden! Glupay, du bist so schlecht! Ja. Pass me, Dark. Wenn ich mit dir zu Gottes immer, ja. Das kann man eigentlich nicht streamen. Also wenn ihr wisstet, dass... Also... Was gehst du nachdem, wo geht? Ja, Taki, heute geht's. Taki geht wieder 4000 Minus, Digga. Geil Ding, Bro. Gut. Gut, viel, Leute. Bruder, da ging's nur um mich und Kennys. Oh, man. Nein, und Flixi, seinen Hund. Nein. Ja, okay, aber... Ich bin grad noch in der Runde. War schwierig alleine in der League Rang, oder? Ja, ich bin auch grad schon mal in der League Rang. Ich bin grad schon mal in der League Rang. Ja. Wäden Spiel zu? Digga, kauft ihr jetzt. Kauft ihr jetzt Sportair Mundo? Kauft ihr jetzt Sportair Mundo? Kann wir nicht erst in einer... eineinhalb Stunden machen, wo wir uns alle .. Ja, das war so gut, dass ich jetzt nicht schuhe. Fortnite hat gewonnen. Scheiße, Fortnite, Digga. Ja, Fortnite hat's eigentlich gar nicht so aufzummen, Digga. Wir spielen Pummel, wir spielen Pummel. Digga, ich kann nicht holen. Okay, wir spielen jetzt noch 20 Minuten. Ja, dann musst du mich so als Tano. Wir spielen jetzt noch 20 Minuten in Fortnite. Nein, ich spiel jetzt nicht noch 20 Minuten in Fortnite. Ja, hol dir jetzt Pummel, ich spiel dann noch 20 Minuten. Warum beleidigst du deine Mots, Digga? Was bockt denn, man? Ich finde das bisschen komisch. Ich finde das bisschen komisch, ich finde das bisschen komisch. Grouda ist Grouda, ich darf man immer beleidigt. Ich finde das bisschen komisch. Danke. Ah, lucky ass. Noch mal lucky ass, weil ich die 40 gebe. Ja, mir ist echt schlecht. Uuuuuh. 91 ist weit. Digga, kann der Österreicher mal... Ach. Wir können aber echt irgendwas loswerden. Nein, ich hab auch gar nichts gebault. Scribble oder so? Nein, Scribble. Nein, irgendwas. Aber was willst du sonst anderes spielen, Digga? Es gibt keine anderen Spiele. Ich muss leider Noble spielen. Partyspiele. Vielleicht so Pummel-Party oder so? Ja, lass Pummel, lass Pummel, lass Pummel. Mein Pummel... Cheat, wir müssen Noble up sein. Oh, Pummel, Pummel. Oh mein Gott. Du bist so schlecht, Bro. Alter, dass ich mir das überhaupt anzue, das hab ich glaube ich noch nie gemacht. Oh, oh, oh. Ja, nice. Ping, Vita-Wend-Spieler, Digga. Ich will den Schock im Assault lassen. Oh, du... Alter, kein Pummel, sei es weg. Ja, Digga, ich brauch mal einen aktiven Mod. Der ist immer in meinem Chat, den unten. Ja, mach mich Mod. Ich will nur einen Güter-Mod. Ist das ein Clip-Bot? Ja. Ist das ein Clip-Bot? Ja. Ist das ein Clip-Bot? Ja. Digga, du kannst ja gar nichts. Die Fäller-Furry-Furry-Furry-Furry-Furry-Furry. Mein Mann Frey. Digga, Frey... Nein, Frey soll einfach sagen, dass bei ihm sowas eingebrochen wurde, wenn er nach Hause kommen musste, Digga. So schwer ist das doch nicht. Ja, Benni, du gehst mir aber auch auf die Nerf, Digga. Ja. So früher, morgen oder morgen. Ich schwöre, du warst mal gut, Digga. Ja, ich schwöre, du warst mal nicht so nervig, Digga. Ja, du warst mal gut, Digga. Da, wo Gripper jeden Tag gespielt hat. Ich weiß. Schmeiß halt wieder weg, bald grüttet er wieder für eine Freundin. Ja. Vier, vier. Kann er doch reden. Digga. Ja, gut, Alter. Ja, das ist halt nicht erlaubt. Okay, das darf man eigentlich schon mal nicht. Ja, das ist halt nicht erlaubt. Okay, das darf man eigentlich schon mal nicht. So schlecht, Alter. Ja, wenn du immer was gegen den Boilers streamen... Ja, der hatte keinen Bock mehr irgendwie, keine Ahnung. Guck jetzt, was ich angeschickt kann, Gripper. Ja, bitte, wir spielen, ihr streamt doch gerade, Taki. Niemand will deine scheiß World of Tanks streamen ansehen. Ja. Nein, der Gripper hat letztens... Also, Solmeln, logisch. In meinem Chat, Gripper größer... Äh, riesig größer. Größer als Gripper. Das ist krass, ne? Ja, das ist krass. Okay, ich halte zwei Mal, weil sonst werde ich ja überladen, wenn ich über ein anderes Spiel rede. Du lernst. Ja, das passt, wenn ich einen Tag hier davor spiele, Digga. Das ist ja hier nicht auszuhalten. Mann. Mann. Ist gar nicht so schlecht, wie jeder sagt gerade. Ist schlecht. Ja, das Game ist einfach boring, wie jeder sagt. Vielleicht, maybe. Wie ist die Meter nicht so schlecht, Lenny? Das einzige Problem ist ein Snipers, aber das Spock. Hä? Wo ist die versprochen, Bro? Ja, guck mal, welcher... Kann man so einen Huren so wie du sein, Digga? Geil. Digga, Freak und vieles. Wann checkt aber deinen Z-Grind, Final, Jan? Digga, wie meinst du mein ganzes Leben? Ja, doch, Lenny. Wie geht das? Nein, Digga. Und was? Gelb ist scheiße und langweilig, Digga. Ich will nicht rechts drücken, um mich zu bewegen oder so, Digga. Ach, sorry, danke für den vierten Monat. Das ist für ADS-Kinder eigentlich perfekt, aber nicht. Die ganze Zeit rechts, rechts, rechts. Wollt mal Flixi. Dein Lieblings-Spiel ist einfach zu lang, ehrlich für mich. Oh my god, dude. Boah, der Noble-Mod ist getippt, Digga. Oh, was nicht schlecht. Der cheatet jetzt. Ich kann nicht auf Cooley in den Arena geholt, der cheatet jetzt. Cooley cheatet. Kann jemand von euch Cooley? Ja. Der ist Lehrer. Ich kenn nur den alten Cooley. Ich kenn nur den alten Cooley. Ich kenn nur den alten Cooley. Besser Freund damals. Ja, das ist doch der Cooley, der kennt doch Dumpfum. Ja, es gibt aber auch irgendeinen deutschen anderen Cooley, die gern. Ja, aber den kennt ja keiner, Bro. Ja, eh, aber wer was? Ja, eh. Vielleicht der denn? Vielleicht der Diggottige, ey? Ja, ey, oder? Ja, ey, oder? Ja, ey, den alten Cooley kennen nicht so viele jetzt, hä? No G's safe. No G's on, no G's. Fuck, ja, heute wieder ein lustiger Memes. Ich frage gegen Cooley konnte man nicht argumentieren. Der hat immer irgendwas anderes. Naja, der hat immer irgendwas anderes. Na, Bruder, also. Nice pick. Verlina, danke für uns. Ein Jahr, ich kriegste den ersten Ball. Äh, cheat den, wir sind ankommen. Der Noble-Mod ist gedippt. Gut. Nein, ich mag sie gar nicht. Wuuu, hey. Ihr könnt ja mal nicht so komische Geräusche machen. Ja, wer ist das? Das ist doch schon der Humble. Das ist Humble. Ja, sonst, wer sowas macht. Kann nur einmal über so'n Dinger. Naja, falls voll wieder... Also du, ne, ich bin ausgetapet, damit ich seh, wer das ist. Musik 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 Vielen Dank.